Aber findest du sie jetzt, also findest du sie einfach nett und cool oder würdest du sagen, dass du schon ein bisschen irgendwie attracted bist? Ich bin schon noch besser. Also nicht, kann ja sein. Es klingt so, als hättest du Angst davor, nicht mehr der Mensch zu sein, den andere von dir erwarten. Aber kenne ich einen anderen Menschen überhaupt? Ich habe noch nie eine Beziehung gehabt. Das geht dann so schnell, dass sich dann ganz der Fokus verschiebt. Und ich verliere mich dann immer. Keine Ahnung, nach ein oder zwei Wochen. Ich habe nicht mehr sagen können, was ich will oder was mir wichtig ist. Aber dann reden wir weniger von der Angst, als wie von Vertrauen. Selbstvertrauen, ja. Was ist jetzt endlich anders? Na einfach. Das ist interessant. Na einfach. Aber ich habe mir schwer es beschreiben können einfach. Weißt einfach. Du hast keine Ahnung. 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 Du hast keine Ahnung.